In diesem Clip stellen wir Ihnen die neuen Zeigereinstellungen bei Bemaßungstexten bei Archicad 19 vor. Die Einstellungen der Zeiger von Bemaßungstexten sind ähnlich wie die von Zeigern bei Etiketten. Wenn Sie den Dialog Einstellungen für die Bemaßungsauswahl aktivieren und zu seinem Zeigerpanel gehen, können Sie durch Klicken der Taste Zeiger hinzufügen oder den Zeiger entfernen, den vom Zeiger verwendeten Linientyp auswählen. Im Feld rechts daneben können Sie den Stift des Zeigers einstellen. In den vier linken Tasten unter der langen Taste können Sie den Zeigerverbindungspunkt festlegen. Das heißt, an welchem Punkt er sich mit dem Textblock des Bemaßungstextes verbindet. Anbindung oben, Anbindung Mitte, untere Zeigerlinienverbindung und Zeiger mit unterstrichenem Text. Die beiden oberen Tasten sind die Zeigerformtasten, mit denen Sie Ihre Zeigergeometrie auf gerader Zeiger oder gebogene Zeiger einstellen können. Unter dem Feld Zeigerstift können Sie den Zeiger Anfangswinkel einstellen und ihn fixieren. Bitte sehen Sie sich den folgenden Clip dieser Playlist an, der Ihnen detaillierte Informationen zu den Einstellungen in Verbindung mit dem Winkel liefert. Die untere Hälfte des Paneels enthält Einstellungen für den Pfeil des Zeigers. Mit der ersten Taste können Sie den Pfeiltyp einstellen, im zweiten Feld die Pfeilgröße und im dritten Bildschirm den Pfeil stift. Mittels Aktivierung des Kästchens Zeiger ausblenden ab, können Sie einen Maßstab festlegen, ab dem der Pfeil nicht gezeigt wird. Wenn Sie Ihre Projektsicht auf diesen festgelegten Maßstab oder einen kleineren Maßstab einstellen, wird der Pfeil nicht angezeigt. Bildschirm